Ich höre Musik, ich sehe mich, ich sehe grün. Das bedeutet, ich bin live. Na dann, dennoch viel Spaß. Ja, hau rein. Ja, bis dann heute. Und wir sehen uns. Ich werde mir eben kurz noch hier was beenden. Weil ich bin jetzt alleine und da brauche ich Team Spick nichts. Ja, jetzt kommt Mass Effect. Ich werde das Spiel heute endlich durchspielen. Yeah. Um mal kurz hier ein bisschen verschämt die Knöpfe zu machen. Sorry, es war heute bei mir ein bisschen etwas wärmer. Es hat dann heute gewittert, aber es hat nicht wirklich viel Abkühlung gebracht. Es ist Sommer, Leute. Es ist Sommer. Mach nichts, Abonox. Falls es dich interessiert, auf unserem YouTube-Kanal findest du alle VODs. Ja, Mass Effect. Vielleicht schaffe ich es heute endlich durchzuspielen. Das wäre awesome. Ich will auch nicht lange um den Hessenbray herumreden. Die Leute, die ich schon längere Zeit zugesehen haben, wissen, was jetzt kommt. Ich werde die meiste Zeit dahin starren. Das hat den einfachen Grunde, weil da ist der Fernseher. Meine Capture-Karte hat einen leichten Delay. Sorry, ging nicht anders. Hallo, Taroos. Oh Gott, Auge. Meine Capture-Karte hat nur ein leichtes Delay. Und da es bei Mass Effect teilweise 10 gibt, wo es auf schnelle Reflexe ankommt. Ja. Abonox. Ja, wir werden es hier tuto kompletto re-streamen und zwar in drei Wochen, sechs Tagen und 22 Stunden. Läuft. Aber, wie gesagt, ich hätte meistens noch da standen. Der Chat ist da, das heißt, es wird immer wieder versuchen, auf den Chat zu achten. Und falls irgendwas ist oder so, sagt einfach Bescheid. Ich mache jetzt eine kleine Wendung, lehne mich etwas zurück. Ach, mein Kurzer. Und los geht's. Amonox, ja, wir werden es tuto kompletto streamen. Wir sind schon mitten in Vorbereitung und ISR werden wir auch re-streamen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir haben noch ein paar Sidequests, die alle auf der Citadel sind. Okay, dann wollen wir mal... Warte, wo... Ich bin... Bin ich auf der Citadel? Ich meine, ich bin auf der Citadel. Nochmal die verlassen, jawohl. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Lockbuch, Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, die vermissen, nur die müssen nur eine Teilaufgabe. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Was für eine Überraschung. Wir haben Sie nicht erwartet, Sir. Ich hätte sonst eine formellere Begrüßung angesetzt. Sparen Sie sich die Nettigkeiten. Ich habe das Kommando über die 63. Späerflottilie. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normen, die mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Dann sehen Sie es als eine Chance. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Specter kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat. Oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Sie ist nicht überladen. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Was für ein Arschloch. Also wirklich, was für ein Arschloch, dieser Mikhailovich. Mikhailovich. Oh Gott, ich kann nicht verstehen. Ja, dann nur zu. Nur zu. Du wirst nichts finden. Wir würden uns geehrt fühlen, sie ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier. Es wird nicht lange dauern. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Tut mir leid. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander, Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Buch besprechen muss? Modifiziertes, thurianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in Ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Hm. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können. Statt auf einem Kriegschef in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Elements Zero. Nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Taus Monus. Immer wenn in Mass Effect 1 von Politikern die Rede ist, habe ich das Bedürfnis, dass irgendwas zu zerballern. X2K 14. LOL. Es ist extrem nützlich. Es ist durchaus nützlich. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft Ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über Ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turianer? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianz-Ausrüstungen gewähren. Es sind Verbündete. Wir haben neben Saren und den Gate noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Wir müssen Brücken bauen. Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Es ist Ihr Job, gut auszusehen, Commander. Die Allianz-Flotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Normandy keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen. Und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Der gehört schon mal gleich in die Luftrühr gesteckt. Okay, das kann... Aber... Moment, Moment. Zuerst war er sehr negativ angestellt. Und dann quasi innerhalb eines Satzes wieder voll des Loops? Das ergibt irgendwie keinen rechten Sinn, meiner Meinung nach. Aber nun gut. Das ist halt ein Messeffekt. Oh, nochmal, die war schon. Kann ich was inspizieren. Kann ich hier noch irgendwas inspizieren? Inspizieren, inspirieren. Ich würde sagen, nein. Und auf nach CSEC. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Feros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ja, das sind halt die Paragon-Antworten. Mit ein paar magischen Worten von Sheppard ist alles wieder in Not. Ja, da finde ich das System in Teil 2 besser. Wo man wirklich sich entscheiden kann. Ja, jetzt will ich mal eine reinwürgen. Nein, ich warte lieber. Also diese Quicktime-Entscheidungen. Kommander Sheppard, Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Okay, okay. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spekte zu sein? Gehehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen sollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? So ist das nicht. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Die Turianer Hafen beim Bau. Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz-Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Die Crew gehört zur Allianz. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Nichts soll man sagen, dann bekommst du einen Anschluss. Dann musst du aber später abschalten, Extreme, weil, ähm, ja. Endgame. Und dann, es gibt eine gewisse Storyline, die dann ja zu einem Ende geführt wird, auf die eine oder andere. Ich halte den Mund, ich halte den Mund. Ähm, es hat einen Unfall gegeben. Der Rat hatte nichts damit zu tun. Es gab einen Unfall in den Binhex-Laboren. Um die vertraulichen Informationen der Firma zu wahren, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Das ist eine überraschende Enthüllung, Commander. Uns gegenüber hat Binhex bisher immer nur gemauert. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Norma, die schwebt über War-Wirrmeier. Okay. Wenn wir uns verdienen. Respekt ist eine komische Sache. Die Leute meinen immer, sie hätten ein Anrecht darauf. In Wahrheit muss man ihn sich verdienen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir ihn verdienen. Sie sind ein Idealist, Commander. Aber ein Aufrichtiger. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Specter, namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Er steckt in der Eden Prime. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen, synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Das überrascht mich, Commander Shepard. Tja. So, dann fühle ich mal alles, ob ich hier auch wirklich nichts vergessen habe. Den Assoffsdienst aufs Zimmer sprechen. Hallo, Commander. Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ich brauche eine leichte Rüstung. Ja, die ist gut, die Skorpion 6. So. Was sich dadurch ändert, ich glaube, man verzweifelt öfters an der KI. Ich habe mit Xtreme mal ein bisschen darüber gewispert und, äh, ja. Es war für ihn nicht einfach, soweit ich das mitgerichtet habe. Hallo, Mibio! Hallo, Commander. Hallo, Commander. Die Griechen steigen mir einen Titan mehr aus. Okay. Bosse haben mehr Rises. Ja. Das klingt interessant. Also, ich bin froh, dass ich das Spiel jetzt nicht auf Hardcore durchgespielt habe oder durchspielen werde. Naja, Spoiler, Taros. Den Kampf gegen Toriana hatte er ja schon hinter sich. Wobei mich wirklich interessieren würde, wie du das geschafft hast. Also, ich meine, ich selber habe ja so meine Probleme gehabt mit dem Toriana. Okay. Präsidium. Sittadleturm. Ich glaube, ich sollte mal mein Mikrofon noch ein bisschen mehr zu mir hindrehen. Und da habe ich auch schon ein schönes, nettes Ausrufezeichen. Nein. Sie sind Commander Shepard? Mein Name ist Admiral Kahoku. Was kann ich für Sie tun? Wow. Bosskampf war ja 15 Mal, 15 Versuche, 13 Mal weniger als 10 Minuten überlebt. Heiliger Scheiße. Ich habe Ihre Leute gefunden. Sie haben doch ein Aufklärungsteam in den Artemis Tau-Cluster geschickt. Ja, das stimmt. Die Leute werden seit ein paar Tagen vermisst. Ich versuche herauszubekommen, was passiert ist, aber die Allianz-Kommandeure scheint es nicht zu interessieren. Können Sie mir etwas darüber erzählen, Commander? Tut mir leid. Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral. Aber Ihre Leute wurden von einem Dresch-Schlund getötet. Einem Dresch-Schlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. War nicht Ihre Schuld. Jemand hat Sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dresch-Lund-Nest positioniert, wo Sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht, herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für Ihre Familien. Wie kann ich helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. So. Die Hasari-Diplomaten war, glaube ich... Mal kurz, Ausrüstung. Fällt mir gerade ein. Yes! Ähm... Aber Benezia war einfach... Naja, bis auf das, das Gott... War einfach nur scheiße. Blocken, nicht auf mich hören und so weiter. Nur deswegen mehrere Versuche gebraucht. Okay. Okay. Das klingt heftig. Ähm... Diese Hasari-Diplomatin müsste bei der Bar sein. Ähm... Wo war nochmal das, das faste Riffel? Ähm... Wo war nochmal das, das faste Riffel? Das ist heftig, Extreme. Das ist echt heftig. So, das ist Avina. Mal etwas locker einen Trab anschlagen. Okay, da komme ich nicht hin. Ich glaube, das war... Okay. Hier war ich schon. Pinnacle Station. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann muss ich es mal auf der anderen Seite probieren. Nope. PS3-Noor-Astri. Okay. Okay. Verpasst du etwas meiner Meinung nach? Aber ich glaube... Ist Ansichtssache. Ist Ansichtssache. Da geht's auch nicht. Da hab ich's. Ich traf ihre Schwester. Sie sind Nassana, nicht wahr? Ich bin auf ihre Schwester Dahlia gestoßen und es ging nicht gut aus für sie. Was? Wollen sie sagen, dass sie... Naja, eher Pech, würde ich sagen. Okay. Wenn du das meinst, Extreme. Ich kenn die Wahrheit. Dahlia ist tot, Nassana. Und ich weiß, dass sie sie erpresst hat. Und ich war kurz davor, sie zu manipulieren und auf ihre Spur anzusetzen. Aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein, oder? Sie wollten, dass ihre Schwester stirbt? Ich weiß was Besseres. Kredits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die sie autorisieren kann, Azari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzuhören hat, uns sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, ähm... Okay, Gareth... Das Trainingssystem? Da war ich doch. Da muss ich jetzt mit Conrad Werner reden. Ich glaube, Werner war... Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Freundlich begrüßen. Freundlich begrüßen. Mächten hat eine Freude, sie zu treffen. Also, ich muss für Platin das Spiel mir noch mindestens einmal komplett durchspielen. Auf Wahnsinn halt. Tech-Biotic kann ich auch ohne durchholen. Also, da ist noch einiges vor dir. Bezirke... Bezirke... Zu den Märkten... Okay, wo ist Conrad Werner? Ich werde es versuchen. Es ist eine große Verantwortung, ein Specter zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Okay, danke, Panda. Kann ich ein Foto von Ihnen machen? Warum nicht? Ich habe kein Problem damit, aber... Warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an Sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von Ihnen. Halten Sie bloß die Baffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Ähm... Ja, also ich weiß, was mit Teki los ist. Er ist auch Teil von German. Und ich denke und hoffe... Ich denke und hoffe, dass es ihm demnächst wieder... Dass er bald wieder rauskommt. Ja, der Fände ist noch nicht beendet. Ich weiß nicht, was er bei mir gekauft hat. Das ist mir auch gerade etwas irritiert. Äh, Bezirke... Ich verlasse jetzt mal die Citadel und bemühe mich um diese eine Quest, die jetzt noch nicht beendet ist. Mit dem Pferdekopfnebel in Strinos. Strinos will ja... Und danach werde ich wieder zur Citadel reisen. Äh, reisen. Reisen und... Ja. Andock Bucht. Zum Turm! Allianz-Vertreter berichten, dass die Gate-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei... Ach so. Um zukünftige Gate-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrecht zu erhalten. Okay. So. 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 Und jetzt kommt es auch mit der Spielzeit hin. Ich habe nämlich wirklich alle Zeitfestes bis jetzt abgehalten. Bild 28, 20. Ja, das haut hin. Ich meine, ich bin jetzt bei wie viel? Ähm. 30 Stunden. Und mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Was habe ich jetzt durchforstet? Was habe ich erkundet? Ich fahre mal zu der Piratenbasis. Was, du bist seit gestern um 11 Uhr wach? Was zum Geier hast du so lange gemacht, Taros? Wieso bist du überhaupt noch auf? Geh schlafen, Mann. Nicht, dass du mal zu ihm einschläfst. Ja, Erkältung um diese Jahreszeit ist immer scheiße. Funk ist schuld. Bei wie viel dem Burger ist er denn inzwischen? Ist er im Endspurt begriffen? Ich habe heute Vormittag mal reingeschaut. Und ich kann wirklich so kurz davor ihn zu haben. Aber aktuell muss ich ein bisschen aufs Geld achten. Umgruppieren. Umgruppieren. Au, Backe. Der wird das wirklich bis morgen früh durchziehen. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich werde ihn nach, wenn ich mit meinem Streaming zu Ende bin, mal zu haben. 20 von 28, ja. Heiliges Lieschen. Ist er denn jetzt immer noch bei Dark Souls 2 oder ist er schon bei Secret of Miner oder mit Joros Mask? Ich kann nämlich gerade schlecht gucken. Okay, hier habe ich schon noch was gefilzt. Er hat mit Secret of Miner angefangen. Ja, Halleluja. Okay, hier habe ich einen Schloss. Okay, hier habe ich einen Schloss. Du kannst auch normal noch einen Ticken schneller laufen ohne Ausdruckverbrauch. Ich weiß, Extrem. Ich weiß, aber ich mache es nicht. Das ist die Leiche. Mache ich da jetzt gerade einen Fehler? Habe ich irgendwas vergessen? Ich bin falsch. Ah, okay. Okay. Dann sag mir mal, wo ich dann richtig bin. Blitz-Pang, I love it. Ah, es gibt es also gerade bei dir, Extreme. Blitz-Pang, I love it. Ich glaube, ich sollte erstmal wieder rausgehen. Äh, pass auf. Ich schaue einfach mal bei der Messeffekt-Wiki nach. Ähm, Gareth. Gareth oder Xavin. Weil da müsste das ja drinstehen. Hoffe ich zumindest. Xavin. Xavin. No Result Fund. Ja, großartig. Ähm. Meeh. Gareth. Doppiaz, doppiaz. Doppiaz. ich hätte die ihm geben sollen also ich habe jetzt das gefunden dass ich habe so ich habe so gesehen alles richtig gemacht nur irgendwie ja der nächste schritt der quest wird nicht getriggert oder ich muss noch mal alles erkunden ich erkunde immer noch mal vorsicht aber alles das kann eigentlich nicht sein ich habe das schiff gefunden ich befürchte diese quest ist verglitscht ich habe das schiff gefunden vermutlich dadurch dass sie verkehrt rum angefangen habe dass er es die leichte gefunden habe und dann erst mit dem bruder geredet habe ja 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 das ist echt und und als ist es war ich da muss ich noch mal gucken knack knirsch ich meine ich konnte gar nicht auf das schiff irgendwie irgend so etwas war da war das wenn wir jetzt gleich sehen ja ich komme nicht auf das schiff ich komme nicht auf das schiff ja okay würde ich sagen die quest ist verglitscht ich kann die quest nicht beenden ist ärgerlich aber nun ja dann wollte das cluster yang c ist das ein softlock oder geht es weiter ja aber ich habe ja ich habe ja alles ich habe ja nie sehr erforscht ich habe ja schon im prinzip das was ich finden sollte aber ja dass man sie also marnon c etica beta voyager yang c Mal sehen, ähm, Bintu, war ich schon mal auf Bintu? Oh, keine Ahnung. Ich werde es jetzt übrigens alles nicht vorlesen. Fass me. Der Odeana-Disc. 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 Ich drückte die Daumen extreme Kurz...safety save Okay, das sieht nicht gut aus. Wasser hat er durch den Rakni vermute ich Nein, das sind... Scheiße, das war ein Fehler Thorianische Kriecher Scheiße Das hat er nicht gejuckt, ja, großartig Äh, bei dem mach ich noch einen Ratschock und Tali, bist du, bist du so gut und machst eine Dämpfung bei dem Ach Gott, das sind gleich zwei von der Sorte, na großartig Gareth hat... Sabotage Und einmal das Schild knacken Sooo, der ist jetzt meine Mause Wie ist jetzt mit dem aus? Was war Schuss? Was war Schuss? Was war Schuss nur? Ich brauche vier für so einen Turm Bist ja auch Pro Gamer Gute Antwort, Taros Was Was war Schuss? Was? LMI...LMA Ähm... Weine So, hier ist noch ein... Ein Fieser-Map ist hier noch ein Kerl. Los, los, los! Geh ich knapp. Los, los, los! Und in den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kohaku. Er muss sich in einem anderen Labor in diesem Bereich befinden. Ich starte seit Jahren keine Spiele mehr auf normal, geschweige denn leicht. Easy peasy. Also, Respekt, Extreme. Respekt vor deiner Leistung. Was du nicht sagst, wäre ich nie drauf gekommen. Na gut, na genug rein, dass er oben bleibt und immer über die Säure hüpfen. Wow, das ist, äh, Skill. Das ist Pro-Skill. Also, ich würde es nicht schaffen, über die Säure zu hüpfen. Jetzt war ich abgelenkt. So, gibt's hier sonst noch irgendwas, was ich untersuchen kann? So, noch eine medizinische Station, die ich untersuchen kann. So, jede Menge neuer Ausrüstung. Großartig, die ist scheiße. Die ist nicht gut. Die Titan ist gut. Ich hab zwar dann weniger Schilder, aber einen besseren Schutz nehm ich. Und damit ist das schon besser. Das ist auch nichts Gutes. Das ist auch nichts Gutes. Wow, ähm, schaut euch mal die Summe an. Das Geld, das ich gerade habe. Besser geht's gar nicht. Wollte Witt machen, hab's dann aber doch aus Versehen überschrieben. Okay, das ist schade. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit gesucht habe, eine bessere Summe für Tali. Vor allem, jetzt wird sie mir nicht mehr die ganze Zeit abkacken. Overflow, ja. Äh, ich mach mal eben kurz bei mir das Licht an. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. Ich bin gleich gleich. Ich bin gleich wieder da. Okay. Mal eben kurz einen Tweet raushauen. So, das musste noch gemacht werden. Ich bin gleich wieder soweit. Mal kurz nach. Okay, weiter geht's im Takte. Ah, ich verhindere mich mit meinem Kabel. So. Ach Gott. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Okay. 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 Das sieht schon von einem netten Schützturm aus. So, da hat's ein oder zwei. Okay. So, einer weniger Äh, ja Ich fahre gegen diesen Turm Und der Turm ist so stark, dass es mich auf zwei Rädern hebt Game Physique for the win Aber sowas von Game Physique for the win So, der übliche Safety Save Äh Das sieht aber aus Okay, jetzt muss ich erst mal Boah Autsch Seht ihr, aus diesem Grund mache ich meinen Safety Save Das war jetzt eine Verkettung unglücklicher Umstände Halt, Biotika Plus Schusswerfen Ich wurde niedergeworfen Konnte nicht richtig reagieren Ja Das ist die Talie immer so stöhnt Das ist auf der Xbox Ich weiß nicht, wie es auf der PS3 ist Guck, guck Leute Gareth, hab ich mal erwähnt, dass du OP bist mit deiner Munition Los, los, los Ähm Ah, ouch, ouch Hoch mit dir, hoch mit dir Los, los, los Was, what the fuck Was war das? Was war das? Oh Gott, noch ein Kommando Ihr habt das eben auch gesehen, oder? Wie der einfach so zur Seite gekippt ist Obwohl ich überhaupt nichts getan habe Hallo? Spiel? Oh Gott, ich hasse die Scharfschützen Trotz Barriere One-Head Ja Aber das Gute ist Mit Gareth hab ich auch einen Scharfschützen-Team Und der ist, äh Sowas von OP Ich hab dem ja so eine spezielle Munition gegeben Und, ähm Ein Schuss, ein Treffer So, jetzt wird's ekelhaft Welche Cerberus schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Vermutlich einiges, mein Kuss, bitte Ja, schön, Gareth Danke, dass du das auf eine Sichtliche mehr mitgeteilt hast Okay Hier kann ich jetzt gerade nichts entdecken Jedenfalls nichts, was ich plündern könnte Schade Die mit den 500% Waffenwirkungen Sekunde, ich zeig's dir Wow, wieder einiges gekriegt Äh, Gareth Und, äh, das Präzisionsgewehr Hochexplosiv Acht Plus 500% Hitzewirkung Plus 500% Waffenwirkung Plus 20% Schaden Nein Überhaupt nicht Over-Overpowered Überhaupt nicht übertrieben Wobei, sollte ich nicht Vielleicht mal Der kann mir Schaden machen Ja, nehmt mich, ich nehme mal die Wolkow Äh, Tali Nein, du hast keine Pistole Hier, du hast keine, die es sich lohnt Und bei mir Nein, ich nehme mal die Schrotflinten Äh, Armageddon 10 Stusolokow Mehr Schaden, aber wenn, äh, deutlich Nein, ich lass es, ich lass es Meine, dass es schön 336 Schaden auch sind Aber, nein Ich Bei meinem Hautcharakter Sollte ich doch mal im Prinzip folgen Nur dann zu wechseln Wenn es mindestens 2 mal Grün gibt Und nicht einmal Grün Und zwar mehr Negativ So, schauen wir uns mal die Trümmer an Ein malerischer Sonnenuntergang Mondaufgang, Mondaufgang, was auch immer Auf jeden Fall ein wunderbarer Mond Ich lauf bisher nur mit Ashley und Tali rum Und klammert zwei Trophies Munition wechsle ich immer zwischen Wolfram und Schredder Ashley, äh, Sturmgewehr Und Tali Pistole Eigentlich sollte man alle das auch machen Aber Munition wechseln Je nach Gegner Aber ich bin da zumeistens zu faul Ich bleib bei einem, bei einem Munitionstyp Und Bergen Ich, Frontkämpfer, Shotgun Also genauso wie ich Shotgun Ein Granaten-Upgrade Ich kann hier alles knicken Ich hatte immer noch den Anti-Thorian-Art drin Naja Ja, muss aber auf Hardcore Okay Ich glaube, ich werde Hardcore nie im Leben anrühren Ich bin nicht ganz so Ich will jetzt nicht sagen verrückt Weil du nur machst natürlich deinem Namen Alles, äh, alle Ehre Extreme Weil du wirklich extrem bist, aber So wie ich es aktuell spiele, ist es mir am liebsten Es ist herausfordernd, aber ich schaffe es auch irgendwie Irgendwie Hmm Der Pyramide Outsch So Das wäre erledigt Wir haben die Schilde verloren Unterwegs zur Position Und das übliche Safety Save Und das wäre es Ja, ich weiß, dass er mich fertig macht Ich mache mich fertig Ähm Ich mache die Schilder bei dir weg Mit den Marco Gibt es, gibt es einen Funny Glitch Ist da fast kaputt Ich wollte euch anladen Und dann ist es wieder gut Das geht schneller als warten Jo Merke ich mir Falls ich jemals wieder Meisterfakt wieder anrühre Ich mache dich fertig Ich mache dich fertig Ich mache dich fertig Kuckuck Okay, das wird jetzt lustig werden Ich mache die Schilder bei mir Ich mache die Schilder bei mir coolest Das läuft Okay Ich mache die Schilder bei mir Egal, ich bin wieder gestiegen, ähm, Medizin voll, Dämpfung voll, Basispanzerung. Ich glaube, sonst gibt's hier, Technik gibt's, Technik gibt's hier, aber das war auch alles. Hallo Gammelmull! Okay, dann jetzt die Anomanie untersuchen, unter dieses Fragezeichen. Die Anomalie, wie sieht's mit dem Tagebuch aus? Ja, beendet. Okay, aber erst mal der Anomalie und dann diese Quest. Wird aber auch langsam Eisenbahn. Äh, Gammelmull. Ich hab keine Ahnung, was vor drei Monaten war. Sorry. Weil drei Monate sind drei Monate. Ja, okay, nette Anomalie, kann ich nicht untersuchen. Bei dem Zombiespiel. Bei dem Zombiespiel. Zombiespiel? Man steht unter Strom. Okay. Obendrauf, Ziv. Alzheimer's the last of us. Äh, ich glaube, ich weiß, von welchem Stream du redest. Aber seitdem habe ich mit vielen Leuten geredet. Was ist, dass man vom Blitz getroffen wird? Keine Ahnung, es gibt Leute, die leben danach noch. Man ist danach meistens nur sehr gut durch. Ja, ich geh ja schon zur Pyramide, Extreme. Ich geh ja schon zur Pyramide. Nein, ich kann mich nicht erinnern an ein Gammelmull. Seitdem hatte A German einen Restream, einen abgebrochenen Restream und noch diverse Anarchiephasen und so. Seitdem ist sehr viel Wasser die Leine runtergeflossen. Seitdem ist sehr viel Wasser die Leine runtergeflossen, die Leine runtergeflossen sind und so weitergeflossen sind und so weitergeflossen sind und so weitergeflossen sind. So, oben auf meinst du. Dann schauen wir doch mal oben auf. Ah. Okay, das wäre erledigt. Danke, Extreme, für den Tipp. So. Neferm, Columbia System, Voyager Cluster. Amazon, ah, da, Columbia. Ah, da gibt es vielleicht irgendwas, was ich scannen könnte. Da lande ich später. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viele Nebenquests gibt, die mich noch aufhalten können. Sorry, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viele Nebenquests gibt, die mich noch aufhalten sind und so weitergeflossen sind und so weitergeflossen sind. Oh, da Pokemon Rise. Und gleich eine Ressource. Aber ich glaube, dieses Mal ignoriere ich die. Ah, Untergrund-Einrichtung, Anomalie, Trümmer. Kümmern wir uns aber direkt um die Anomalie. Wie entliegt gesagt, die Zeit, weil du hast locker vier bis vier oder fünf Stunden mit dem einen DLC gebraucht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Äh, also ich hoffe, dass ich so um 22 Uhr mit den ganzen Sachen durch bin. Mit den Sidequests. Und das ist jetzt die letzte Sidequests dann nochmal kurz in die Citadel reinhuschen. Den Fan ausfindig machen. Und danach geht es nach Vermeier. Ne, nach Noveria. Vermeier ist ja etwas anderes. Ein mumifizierter Salarianer. Das heißt, das ist ein Salarianer-Orden dann wahrscheinlich. Äh, falscher Knopf. Äh, alles schon erledigt. ID-Tag. Okay. Alles schon erledigt, Taro. Ähm, Extreme. Ja, ich komme gerade etwas mit den Planetennamen durcheinander. Sorry, Taro. Also was die, ähm, Sidequests der Charaktere angeht, müsste ich alles abgehakt haben. Ich werde kurz bevor ich dann, äh, mit der Main-Quest weiter machen, nochmal kurz überprüfen, ob ich auch mit allen ausgiebig geplaudert habe. Nicht, dass es noch irgendwas, irgendwelche Überraschungen gibt. Aber müsste eigentlich nicht der Fall sein. Liege dich niemals mit einem Marco an. Der ist größer und stärker. Ja, nur wäre ja, also Benesia habe ich abgehakt. Warte ja, war ja live dabei. Das ist so, warte, ich weiß nicht mehr, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Streams das jetzt schon wieder zurück ist. Ja, sie hat wirklich eine grandiose Leistung gehabt. Das ist ja wirklich unglaublich, was ihr da heute gemacht habt. Ne, bist du nicht. Ähm... Ja, okay, das hat reingehauen. Wenn der so ein Panzerfrieder angehüpft hat, werde ich bestimmt mit einem LG draufschießen. Zu mal zum Beispiel wäre ich nett. Also nicht. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Bleib liegen, bleib liegen. Ich komme mir schon rum. Oh, Gareth ist tot. Äh, scheiße. Das werde ich machen. Scharfschützen. Ich hasse sie. Okay. Äh, ähm. Bang! Einer weniger. Aber wenn ich mich nicht auffasse, bin ich auch gleich einer weniger. Ich habe keine Ahnung, was du damit sagen willst, Tali. Weil ich halt zum ersten Mal das etwas von Softquill eingeleitet. Sehr arg. Kannst du nicht mehr tippen. Kannst du nicht mehr tippen. Geh schlafen. Geh schlafen. Weil ich werde hier bestimmt noch so bis ein oder so dran sitzen. Je nachdem, wie es verläuft. Und ich weiß jetzt nicht, ich weiß, ob und was du morgen vorerst, aber äh, gefährdet nicht deine Gesundheit. Wenn du Schlaf brauchst, nimm ihn dir. Du kannst damit nur noch das VOD auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und dann geht's, wie es schwer. Du bist unser describes. Du kannst du nicht einmal mehr tippen. Das ist gut. Du kannst du nicht. Du kannst Ainz nicht mehr tippen. Ja, ich werde mich nachher hinlegen. Wenn ich dann ein... Okay. Kann ich akzeptieren, Taros. Öffnen. Sie dringen vorsichtig, ein paar Kölnöpfe und Alarm geht los. Die optische Daten aktiviert sich selbst. So schnell wie möglich opieren Sie möglichst viele Dateien auf den internen Computer ihres Kampfanzugs. Nach der Entladung des Speichers aktiviert sich der Computer. Die Dateien sind sicherlich verschlüsselt, aber sie haben genug Zeit für die Schiffrierung. Und das war... Der Hund des Hades. Nice. So, dann jetzt auf zur Citadel. Oh, erste Station. Ein bisschen mehr die Geleihensabeln. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal. Schau. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. So, dann können Sie halt. So, dann schauen wir mal. das heißt vorher gesprächszeit ich glaube zwar nicht dass da irgendwas ist aber vorsichtig ist besser als nachsicht also ich weiß ich habe meine liaison angefangen ich habe gareth erledigt ich habe tally erledigt rex habe ich erledigt liara war eigentlich auch abgehakt dann sprechen wir noch mal mit ashley kommander wie lautet deine meinung über unsere letzte mission du meinst die rachnie nicht wahr sie waren gefährlich skipper das haben sie schon vor 2000 jahren bewiesen ich denke es war ein fehler sie gehen zu lassen aber es war nicht meine entscheidung es war deine falls du noch nicht mit zoni gesprochen hast solltest du das vielleicht nachholen sie hat gerade erst ihre mutter verloren das muss ich wollte nur erwähnen skipper wir unterhalten uns später williams ich freue mich schon darauf skipper ja ich habe alles erledigt weil mit liara habe ich schon geredet und zwar gleich nachdem ich mit nachdem ihre sie ihre mutter verloren hatte also Okay, auf geht es so, Citadel. Karte der Galaxie. Öffnen, ja. Wir empfangen eine Transmission, Commander. Das sollten Sie hören. Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte. Wie war Ihr Name? Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie, Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber, weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützepunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Eben, weil die Stimme verzählt, nützt es sich ja vor allem nicht mehr verzählt. Äh, ja. Und extrem, ich hab voll Paragon gemacht. Alles positiv. Also auch die Ragnik-Königin leben lassen. Kahokus Tod. Hatten Sie irgendetwas mit Kahokus Tod zu tun? Wir hatten keinen Grund, ihm zu schaden. Er wollte uns mit Informationen über Cerberus versorgen. Informationen, die nun in Ihrem Besitz sind. Standort des Stützpunkts. Sie müssen Verbindungen zu Cerberus haben, wenn Sie Kahoku sagen konnten, wo er sie finden kann. Informationen sind unser Geschäft, Commander. Durch unsere Kontakte konnten wir herausfinden, dass die Cerberus-Gruppe im Voyager-Cluster aktiv war. Leider konnten wir nicht mehr in Erfahrung bringen. Darum sind wir auch so interessiert daran, die Kopien der Dateien von Ihnen zu erhalten. Das ist Verrat. Das sind geheime Allianz-Dateien. Ich werde sie Ihnen nicht übergeben. Seien Sie vernünftig, Commander. Cerberus operierte außerhalb der Zuständigkeit der Allianz. Sie schulden Ihnen keine Loyalität. Die Allianz wird diese Informationen einfacher in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Was wollen Sie mit den Dateien? Was haben Sie mit diesen Informationen vor? Informationen sind eine Ware. Sie können ver- und gekauft oder eingetauscht werden. Es geht mich nichts an, was mein Auftraggeber damit vorhat. Ich bin nur der Käufer. Ich vertraue ihn nicht. Meine Loyalität gilt der Allianz. Nicht dem Shadow-Broker. Jammer schade, Commander. Mein Arbeitgeber wird das nicht vergessen haben, wenn sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Ja, ja. Red du nur. Ich habe einen Affen erschossen. Du meinst diese Weltraumaffen? Ja, aber... London. Jawohl. Es gibt auf einigen Planeten solche Weltraumaffen. Sehen in jedem Fall so aus. Ja, plus vier Abtrünnig. LOL. Aber... Ja, die meinte ich daraus. Die meinte ich. Aber frag mich nicht mal, auf welcher Weltraum die existieren. Und ich gehe zum Citadel Turm. Und... Ich gehen nach, ob da dieser eine Bruder ist. Aber ich gehe zum Citadel Turm. Ich gehe jetzt zum Citadel Turm. Schau mal nach, ob da dieser eine Bruder ist. Ja, meinen kurz wieder richtig hinsetzen. Okay, der Citadel-Turm. Ja, da hat er eine Affenamine, den Sender. Ah, okay. Ich weiß, was du meinst. Das war ich. Ich hab den zerschlagen. Nicht die Allianz. Möchte ich nur anmerken. Präsidium Citadel-Turm. So. Und schau mal, guck. Da ist Gareth. Mal sehen. Willem ist tot. Das muss schwer für sie sein. Es tut mir aufrichtig leid. Danke, dass Sie ihn gefunden haben. Es ist immer besser zu wissen, was passiert ist. So heißt es doch immer, oder? Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss mich um seine Beerdigung kümmern. Okay, dann ist ja das doch noch gut ausgegangen. Okay, wo war jetzt... Werner... Bezirka... ...Märkte... Ja, Glück gehabt. Das stimmt. Extrem. Da habe ich wirklich extremes Glück. Extrem. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich habe im Moment viel um die Ohren, aber ich nehme mir kurz Zeit für Sie. Fantastisch! Es dauert auch nicht lange. Da so viele Kolonien der Menschen angegriffen werden, frage ich mich, ob ein Spektar ausreicht. Wie wäre es, wenn Sie mich als neuen Spektar einstellen? Das geht leider nicht. Ich halte das für keine gute Idee, Konrad. Aber ich wäre ein perfekter Spektar. Ich würde Ihnen helfen und dem Rat beweisen, was die Menschheit leisten kann. Ich möchte bei Ihnen sein, einen guten Kampf kämpfen, so wie Sie es während des gylianischen Angriffs auf Elysium getan haben. Es gibt auch andere Kämpfe. Ich glaube Ihnen, Konrad. Aber auf Sie wartet ein anderer Kampf. Was? Das verstehe ich nicht. Ich brauche die Leute zu Hause. Wissen Sie, was mich hier draußen anspornt? Das Wissen, dass die Leute zu Hause dafür sorgen, dass die Menschheit stark bleibt. Sie... Sie haben recht. Ich habe mich da wohl verrannt. Ich wollte helfen. Ich werde nach Hause gehen. Danke, dass Sie mir den Kopf gerade gerückt haben. Moment, 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 Moment. Alle Nebenmissionen erledigt, Leute. Alle Nebenmissionen sind erledigt und abgehakt. Yes! Und auf nach Verlmire. Endspurt, Leute. Mal sehen, ob ich es heute noch schaffe. So bis 1 Uhr. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich wirklich alle Nebenmissionen geschafft habe. Sonst hatte ich immer Probleme, diese Rohstoffmissionen und diese anderen Sammelmissionen fertig zu kriegen. Also das war jetzt schon... Jetzt sind wir gleich auf. Wirst du noch da bleiben, Extreme? Oder wirst du jetzt aus Furcht vor Spoilern schon mal weggehen? Ich könnte es nachvollziehen. Ich könnte es nachvollziehen. Ich werde auch deswegen nicht sauer. Präsidiumstechniker versuchen herauszufinden, warum sich ein Computersystem vor kurzem auf katastrophale Weise überladen hat. Die Techniker sind sich bisher nicht sicher, wodurch die Fehlfunktion verursacht wurde. Sie wissen auch nicht, wozu dieses System ursprünglich diente. Der Zitadell-Sicherheitsdienst untersucht den möglichen Vandalismus oder Missbrauch öffentlichen Eigentums. Ich kenne das Ende doch. Ja, dann ist es in Ordnung. Dann ist es in Ordnung. Dann ist es in Ordnung. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das stimmt nicht ganz. Ich bin wieder zurück an Bord, mein lieber V.I. Es ist Wyrmeyer. Meine Schätzung nicht zum Mut, aber ich denke, das wird nichts bis 1 Uhr. Es ist Wyrmeyer. Und wenn ich dann sehe, dass ich da zu lange für brauche, dann werde ich Miss Effect 1 nächste Woche zu entspielen und dann fliegende Wechsel zu Miss Effect 2 machen. Es hat übrigens auch den Vorteil, dass du dann da auch schon mal ein bisschen vorspielen kannst. Extreme. Ich werde jetzt nicht alle Welten untersuchen. Okay, bis dann Tag raus und falls du einschläfst, schlaf gut. Ich werde jetzt nicht alle Welten untersuchen, alle Welten vorlesen. Ich werde direkt landen. Letzte Show beginnen. Mindestens 5 Stunden muss ich vorspielen. Ja, ist ja einiges vor dir. Gut gemacht, Joker. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern vor Ort, bis ich die Flugabrettürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Mein, das Skript ergibt an dieser Stelle keinen richtigen Sinn, weil er sagt, was sind das für gewaltige Verteidigungstürme, weil man sieht die ja nicht. Das macht keinen rechten Sinn irgendwie. So, und da müsste ich jetzt auch gleich mit den ersten Gegnern Kontakt haben. Bis zum nächsten Mal. Hallo? Meine Erinnerung zutzt sich vorhin mal ja sehr. Ja, ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Also... Mal sehen. Ich werde es sehen. So, ein paar gezielte Kanonenschüsse und weg sind die Gegner. Ich werde es sehen. 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 Okay, jetzt hat es sich überrappelt. Es ist noch nicht ganz intus. Das ist meine Ausrede. Okay. Uhlalalalalalalalalala. Okay, ähm. Ich glaube, ich habe jetzt alles erledigt. Ich steige mal aus und schaue mal nach, was mich da so erwarten wird. Hat er auch schon... Ja, er hat alle schön drauf die richtigen Waffen ausgewählt. Das ist sehr gut. Leichte Decherfrierung, ey. Dann schauen wir mal. Guck. 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 Ja, ich weiß, Geras, dass ihr die Schilde verloren habt. Das ist nichts Neues. Und da geht's runter. Und der Marco hat ein bisschen Zeit, seine Schilde zu regenerieren. Das ist immer gut. So, und jetzt wartet auf mich ein riesen Ungeheuer. Ein Ungetüm. Ein... Seifkodal ist scheiße. So, ab jetzt im Lerker-Komosis. Wünsche euch schon mal einen guten Stand der Woche. Ebenfalls Taros. Und Leute, denkt daran. Wir haben einen Host-Bot. Und das bedeutet, wenn wir dann offline gehen, werden wir immer irgendwelche zuverlässigen Speedrunner hosten. Automatisch. Also, falls euch mal unter der Woche Lust nach Deutsch-Botern und Speedrunnern ist, einfach reinschauen. Okay, das verspricht jetzt eine gefährliche Kumpel zu werden. Ouch, ouch, ouch. Und das... Scheiße, das war... Geh, 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 zurück, geh, zurück. Äh, wie war das? Äh, scheiße, ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Sorry, nach einer Weile ist bei mir der Hintern immer hier platt gesessen. Der Stuhl muss mich sowieso schon fast 24-7 ertragen. Rückzug, strategischer Rückzug. Also Speicher laden. Nee, ich kann aktuell nicht speichern und laden. Unterwegs zur Position. Nope. Weiter wegfahren. Ich bin dran. Du hast auch schon lange keinen Safe mehr gemacht. Das stimmt allerdings auch. Wobei, das war das automatische Speichern. Scheiße! Da muss ich mal neu laden. Und zwar den richtigen Spielstand. Nicht das automatische Speichern. Wo bin ich? Da bin ich. Das ist... Da bin ich heute falsch. Hm. Der Trick hat definitiv was gemacht. Äh... Dich! Dich! Dich doch! Beweg dich! Dich doch! Beweg dich! Dich doch! чön, gut. Jetzt bewege sie dich. Ich glaube, ich kann mich jetzt mal umsetzen. Ich glaube, ich kann mich jetzt mal umsetzen. Trotzdem, ich fahre langsam und vorsichtig, verlangsam und vorsichtig, denn wer weiß, was mich hier erwartet. Scheiße! Jawohl! Hat nur ein klein wenig gepiekt. Aber trotzdem ist auch noch ein anderer Koloss in der Nähe. Koloss? Nähe? Nicht? Nein? Gut. Äh, da. Boah, scheiße. Timing! 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 Ah, fuck. immer noch blockiert okay jemand gibt bescheid wenn es sicher ist bei mir war es bei ihm was erst bei extreme da ist unser ziel ich weiß dass du da bist ich weiß auch nicht jedenfalls nicht allzu sehr ein geld verwisster und erledigt es muss einen weg geben das geschütz auszuschalten ja okay das hätte ins auge gehen können ist aber nicht und worauf feuert ihr so fleißig löcher in die wand auf den gehe ich da da oh gott noch nie für mich ist da ähm der befehl ist dass wir jetzt gleich zu den salarianern fahren fahren und die linie halten beziehungsweise die stellung aber zuerst safety safe wir mussten wohl jetzt gerade nicht neu laden weil ich habe schon ja extrem wäre festgestellt die ki ist jetzt nicht gerade brillant kann jetzt nicht gerade mit einem diplom überzeugen auf den weg auf den weg ein freund kämpfer und ein freund kämpfer ja hallelujah das war doch noch ein freund kämpfer aber ich was 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 s 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 l s s s Kein Kontakt bedeutet wohl, ich hab's hinter mir. Ja, dann auf geht's. Ja, ich glaub, da werde ich noch eine Menge Spaß haben, die Tage. Viel Vergnügen, Extreme, viel Vergnügen. Du hast mein Beileid. Hahaha. Ich bin ja schon unterwegs, Joker. Da sind die Salarianer. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Status? Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Käpt'n Kirahe, drittes Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines Zehn-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Machen Sie Witze? Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Sorry, sie kommt nicht. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und, was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon geht. Und was für eine Forschung? Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Krogana heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Gerade wurde es noch schlimmer. Die Gates sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee? Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Krogana unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Uh, Rex ist angepisst. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Krogana, um die wir uns kümmern müssen. Er wird auf mich hören. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Verstehe. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja, ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Rex? Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Tätig einem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Sie haben recht. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Ich mache mir Sorgen. Können wir ihm noch vertrauen? Jo. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst an. Ich möchte aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Es ist echt schade, dass Mr. Wim finanziell verwehrt bleibt. Und 20 Minuten mit dem Handy aufnehmen sind schon 800 MB+. Ich muss immer den Kontrast in Klammern erlerbe und die Heiligkeit runterschrauben. Ja, das ist schade. Aber hast du keinen Job oder so, Extreme? Also es ist auch, wenn ich jetzt zu nahe trete. Du musst dich fragen und nicht beantworten. Ich bin einfach nur neugierig. Commander Rentola. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Käpt'n Kerahi sprechen. Was können Sie anbieten? Lassen Sie mal sehen, was wir haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Hallo, Virch. Äh, ich will nicht spoilern. Ich will nicht spoilern. Also, ja. Ich sag nichts. Äh, die Hurricane X ist schlechter. So, Virch, mein guter alter Freund und Kupferstecher. Wo bist du? Ich hätte jetzt, ich muss einfach mal dem Lärm nachgehen. Da bist du. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden. Und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. So einfach ist das nicht. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden Sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war Ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, Sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich Ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Sonst würde ich das nicht tun. Rex, diese Kroganer sind nicht Ihr Volk. Es sind Saren Sklaven. Marionetten? Ist es das, was Sie sich für Sie wünschen? Nein, wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein darf. Okay, Shabbat. Sie haben sich klar ausgesucht. Sorry, Leute. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Zufrieden, Virch? Keine Sorge, ich lass Rex nicht sterben. Also, es fällt mir schwer, meine Kameraden sterben zu lassen. Und, ja, jetzt wird's lustig werden. Äh, bin ich ja? Ich bin aufgestiegen in der Höhle. Nice. 51 sogar. Ha! Wenn wir das wirklich tun wollen. Du kannst ihn doch nur nicht sterben lassen, wenn du genug Paragon-Rating hast, oder? Äh, ich hab das, glaub ich, eben ohne Paragon-Rating gemacht. Ich hab jetzt ehrlich gesagt eben nicht ganz aufgepasst, aber nun gut. Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Korganer besetzt liegen konnten. Beim ersten Lauf war es Kaiden, der ihn abgeknallt hat. Sonst knallt er schnell. Ja. Also, ich bemühe mich immer, Rex am Leben zu lassen, weil ich ihn einfach eine der herausragendsten und prominentesten Figuren von Mass Effect finde. Und ich verkneife mir jetzt alljährigen Kommentar über Rex, weil das würde sonst zu Spoiler führen. Und die Extreme mag keine Spoiler. Danke, dass Sie mit dem Korganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Ist ja mein Plan. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. So was in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Böhmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem thurianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Ist schon richtig lange her, dass ich das erste Mass Effect gespielt habe. Ähm. Dann genieß es. Genieß diesen Stream. Also ich hoffe, er gefällt dir. Ich habe jetzt wirklich vor Teil... Also wenn ich mit Teil 1 durch bin, ich werde Teil 2 und Teil 3 ein Stück durchziehen. Also was heißt ja, ein Stück... Möglichst ohne Unterbrechung, abgesehen von den Restreams, will ich das durchziehen. Einfach weil... Ich finde, es ist einer der besten APG-Reihen der letzten Kontrollen-Generationen. Und ich freue mich auf Teil 4. Wohin? Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Er hat recht. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Die zweite ist halt unnormal gut. Habe ich ja letztes erst wieder gespielt. Ich finde die gesamte Syllogie ist unnormal gut. Jetzt kann man natürlich über das Ende von Teil 3 streiten, aber es ist so, wie es ist. Und bis zum Ende ist Teil 3 auch wirklich enorm gut. Sie werden alle sterben. Gute Idee. Ashley. Williams, Sie begleiten den Käpt'n. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Fluchtplan ist der Salarianer. Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Klingt gefährlich. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Die anderen Teams? Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Eigor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten drei Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des Salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Und wieder war noch mal der Ablauf? Fassen Sie den Plan bitte noch mal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Norm in die Landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir so weit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Die Bombe? Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet. Aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Gate uns aufhalten können. Auf geht's. Was gibt's? Ich hatte mich an sie gewöhnt. An sie alle. Keine Sorgen. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Ich... Äh... Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Wir sind ein Team. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf. Halten Sie die Augen offen. Und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergölzert. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden. Aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Bis gleich, Burge. Okay, Showtime. Hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Ja. Klar und deutlich. Gut. Wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, die... Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Okay. Chief Williams mit dem Eigor Team. Manowai, Jaito Team, los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Das wird spaßig. Übrigens, ich glaube, wir kennen die Karte aus der Pinnacle Station, wo wir uns jetzt gerade befinden. Oh Gott, an dir Verwöster. Autsch! Offensichtlich wollten Sie geht uns von diesem Außenposten fernhalten. So, Kommunikation ist gestört. Nice. Willkommen zurück. Ja, okay. Hier geht es doch nicht entlang. Dann kurz auf die Karte gucken. Okay. Das ist letzten Endes egal, wie ich mich bewege. Wir müssen uns vielleicht nochmal Punkte verteilen. Nein, kurz wird er was schließen. Absolut. Ah, cool. Das ist gut. Das ist oh,PC. Ich will mal auf den Karplusive auf die Karte gucken. Die Karte sieht gut aus. Jetzt kann ich auch nichts mehr aus. Hmm. Okay, das ging noch glatt, das ging noch glatt. Wieso wird der Inhalt jetzt gespeichert? Also was auch immer hier war, ich habe es jetzt irgendwie zerstört. Ja, ich bin auch etwas überrascht, dass ich noch leveln konnte. Ich dachte eigentlich hier dann mit Level 50 das Maximum macht, aber dann, ja. Scheinlich mich gespeichert zu haben. Wir stehen unter Beschuss, verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Das ist letztendlich egal, wie ich mich bewege. Dann gehen wir mal hier entlang. Oh Gott, das war glaube ich ein Fehler. Okay, das war knapp. Und bitte mal ein Schild boosten. Hallo, Sheogorath. Und danke, Freak. Und dann Talgaras, das hat reingehauen. Ich muss doch andersrum lang. Kann ich hier entlang? Mann. 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 Was ist das? wo kann er da auch noch oder er ist tot mause erledigt mit natürlich lebt rex noch was denkst du denn wer ich bin stehe gerade ein typ ok jetzt muss ich gerade gucken so wie es sein soll man ist ein saufkumpan nicht doch nicht sterben das stimmt allerdings da gibt ich dir recht krista ja hier komme ich doch nicht entlang halt das ist ein safe den ich mal kurz knacken könnte einen schritt weichen die e2 zu mir schädel muss nahe dran sein wir haben zugang zur basissicherheit sollten den alarm von hier aus ausschalten können vielleicht könnten wir sogar alarm an der entlegenen seite der basis auslösen so könnten wir uns die wachen vom hals schaffen allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen teams die haben schon genug ärger die aktivieren sie einfach den alarm wir kümmern uns um die wachen drinnen ich bin ja kein unmensch weil ich wäre nicht mein die meine kumpels meine kollegen ich bin auch am leben ich bin auch am leben panik 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 ein schild boost bitte einen schild boost flott ja da wirst du eine überraschung erleben bei mir bevor ich dich hier vorhat nicht aufgepasst scheiße wo war der letzte speicherpunkt okay okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und bitte achte auf Spoiler, achte auf Spoiler, also Extreme Extreme hat das Spiel noch nicht durchgespielt Okay, da gibt's Kugana. Ich entscheide mich jetzt um diese Richtung. Oh Gott. Boah. Das war knapp. Das war knapp. Okay, hier ist noch einer. Hier war einer. Den Zerber. Okay. Äh, Shirogorath. Ich muss ihn mal eben kurz approachen, weil Extreme möchte wieder in den Chat zurück und das war ein Spoiler. Also, nicht irritiert sein, wenn du plötzlich für eine Sekunde in den Chat rein bist. Ist nichts gegen dich, nur Extreme möchte wieder in den Chat rein und er möchte keine Spoiler sehen. Und ich weiß nicht, ob er auch Frank Fancy einen better Twitch-TV installiert hat. Nur zur Vorwarnung. und der Teil darein hat. chromisches und kam her ho BRI Okay, 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 ganz, ganz ruhig bleiben, ähm... Ja, super, äh, du hast Methoden, oh Gott. Äh, das... Das mag zwar sein, Chirgurat, aber wir sind in dieser Hinsicht sehr, sehr vorsichtig, wegen Extreme halt. Weil Extreme will sozusagen gemeinsam mit mir die Mass Effect-Totologie durchspielen. Er hat Teil 1 noch nicht durch. Aber er kennt das Ende von Teil 1. Aber er kennt Teil 2 noch nicht. Keinen Schritt weichen. Yaito, zu mir. Shadow muss nah dran sein. Okay, ich treffe gleich hier die Entscheidung und dann speichere ich mal, vorsichtshalber. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen... Was gibt die Schirm da schon? Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. So, speichern, falls ich dann wieder abkacke. So, Geras sei Dank. Also der hat nicht eine gute Sch... Ich habe den Mechler gut in den Töne reingedrückt. Okay, ich habe es geschafft. Okay, das wäre geschafft. Das wäre super, wenn du davon absiehst, Chirorat. Besten Dank. Kann ich hier irgendwas? Nein. So, Resten, Labor, Laboren. Ich weiß jetzt gerade nicht... Ja, also hier beim Playthrough vorsichtig sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wohin ich gehen muss, weil ich möchte noch ein paar... ...Sidequests erledigen. Sie sind kein Geht und sie tragen auch keine Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, sie zu sehen. Lieutenant Ganto Imnis vom 3. Infiltrationsregiment während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Ich bin die Verstärkung. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Bundstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterlegender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Das wurde hier erforscht. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome. Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute. Aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich vertraue ihnen. Ich öffne ihnen die Zelle, aber danach sind sie auf sich allein gestellt. Sehen sie mich zurück. Vielleicht können sie der Detonation entkommen. Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor sie auftauchten. Dann gut, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Warum hat Saren das getan? Es gibt keinen Grund. Ich weiß nicht. Raus lassen oder... Na raus. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Lassen Sie sie raus. Sie werden uns nichts tun. Gut. Wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Und wieso kann ich den nicht... Die Salarianer werden ihren Part erfüllen. Und wir uns lieber um unseren Part. Und wieso kann ich den nicht raus? Egal. Gibt es hier noch irgendwas? Hm. 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 Kurz wieder speichern. Scheiße. Nicht schnell genug. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich... Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Alles in Ordnung? Rache ist es Ihnen zugestoßen. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt das nicht, Herr Thorsten. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht cool. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Ich werde es bereuen. Lassen Sie ihn frei. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Sollte ich sein. Ich höre Sie immer und immer wieder. Warum werden Sie wiederholt? Wo Sie doch so simpel sind. So verdammt simpel! Tja. Das war... Wo geht's denn da jetzt? Zum Wartungsbereich. Ich bin gerade irritiert, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ich nehme den Lift. Mal sehen, wenn der mich bringen wird. Naja, die waren alle indoktriniert. Ich bin gerade auch. Das war natürlich. Naja, die waren alle indektiviert. Das ist genau das? Was? Das sieht lustig aus Okay, RIP in Pieces Das war alles etwas zu heftig Ja, es zieht sich Sieht wirklich alles danach aus Als ob es sie als nächstes Wochenende beenden kann Aber das werden wir noch sehen Er... 5000 20 20 20 25 So Es geht 20 20 20 20 20 21 21 23 Ah, goddammit! Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt eben umgebracht hat. Ärgerlich. Okay, das ist nicht am Lauf. Und dann da sind es hier, dass ich das nicht angenommen habe. Der klingt ein bisschen betrunken, aber nun gut. Boah. Es wäre schön, aber also. Boah. Okay. Da bin ich froh, dass ich als Fundkampfer einen Schildbus bei ihrem Neutrinalen-Schub habe. Okay. Leuchtet ein. Woher komme ich denn da? Mal kurz, was ich jetzt aber abspeichern. Husks gehen noch. Es sind diese Torianer, die mir auf den Keks gehen, am meisten. Ich weiß jetzt ungefähr, wo ich bin. Jedenfalls hoffe ich, dass ich da weiß, wo ich bin. Okay. Oder Das war's für heute. So, kurz speichern. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste jemanden... Ruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Wie, Sebastian, ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Können Sie mir helfen? Ich werde Ihnen jeden... Hier stimmt was nicht, Shepard. Wenn wir Ihnen nicht raus... Ich muss hier raus. Lassen Sie ihn frei. So, verdammt simpel! So, das wäre erledigt. So, das war's für heute. Ja, super. Ich zerfe wieder nicht. Das war's für heute. So, das war's für heute. Okay, ich bin mir jetzt etwas unsicher. Vielleicht ist die Decherfrierung kein Problem. Ach Gott, ich bin im Kreis gelaufen. Ach du Scheiße. Na ja, so sind wir wirklich immer alles voller Karte. Okay. 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 Das war eben ein kleiner, etwas größerer Umweg, aber nun gut. Okay. 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 Nebel, lol. Äh, was meintest du da mit Extreme? Was für ein schwarzen Nebel? Katerkunden, okay. Bringen sie sich! Oder, oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerstalten. Kann ich Ihnen vertrauen? Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Ihnen helfen sollte. Ich, ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Sie sind frei. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurückspringen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Sie haben es genossen, Commander. Oh, wie recht du hast, Gärmes. Wie recht du hast. Wie recht du hast, Gärmes. 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 Ich frage dir ein paar Hinweise. Wie recht du hast. Wie recht. Wie recht. Auchünftiges Lob. Wie recht. Das war's für heute. Ah, diese düstere und unheilvolle Melodie. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind nichts, Herr. Was ist das? So eine Art V.I.-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine V.I. ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Das Schiff? Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteane erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteane verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Es ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwerken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allen. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinten Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Porteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Das verstehe ich nicht. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution einer Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Warum tun sie das? Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Wer hat sie erschaffen? Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Gibt es noch mehr von ihnen? Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Ich werde sie aufhalten. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt... Okay, bis dann, Extreme. Was ist denn? Schießen sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign. Sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben. Aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung. Und zwar schnell. Sie müssen fertig werden. Schnell. Die Konsole ist ausgeschaltet. Befehle, Commander Shepard. Wir sind ja fertig. Rechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Wo geht's jetzt hier raus? Für eine so überlegende Spezik, finde ich, redet Sovereign wie in der V.I. Es wirkt, als würde er einfach nur etwas nachplappern. Ansichtssache. Und das hat ihn zerlegt. Sie geht kehren um. Shepard muss näher kommen. Jaito, machen Sie einen Bogen uns. Lassen Sie sich hier. Lassen Sie sich... Lassen Sie sich hier. Lassen Sie sich hier. Lassen Sie sich hier. Lassen Sie sich bellychen. Lassen Sie sich hier. Weil die Repairer selber quasi in ihrer Programmierung gefangen sind. So sehe ich das jedenfalls. Aber wieso und weshalb, werde ich jetzt nicht sagen, weil... Spoiler! Okay. Da hat mich irgendwas böse getroffen, und zwar sehr böse. Jautsch, jautsch, ja... Ah, fuck! Wo war der letzte Speicherpunkt? Wo war der letzte Speicherpunkt? Okay, das geht. Okay. 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 Wie geht's? Whoa. Okay. Let's go! Das war's. Okay, ich glaube, dass man nicht im Sinne des Gefindes ist, aber es war trotzdem sehr effektiv. Okay. Speichern. Vorsichtshalber. Einfach nur vorsichtshalber. Das ist mir zu ruhig. Das ist mir zu ruhig. Und ich muss jetzt das bei Gegenstände wegverwerten. Alles, was nicht neun oder zehn ist, kann weg. Nee, das war Humbug. Das ist mir zu ruhig. Und alles einsammelt, was dann vor die Flinze kommt, quasi. Da staut sich dann doch einiges an. Okay, ich glaube, das ist jetzt genug. Okay, der Geist ist weg. Oh Gott, da ist noch ein Geist. Da ist ein Pirscher sogar. Oh Gott. Oh Gott. Und eine Raketen drohende. Scheiße. Okay, weg, tot, Futschkatero. Nein! Da war irgendwo noch eine weitere Raketendrohne, die hat mich erwischt. Da war eine verdammte Raketendrohne, die hat mich klein gemacht. Die hat mich zu klein als gemacht. Nicht gut, nicht gut. Das war's. Nehme ich. Die ist besser, die Rüstung, die ich jetzt habe. Ich denke, hier kann ich die ganzen Neuner verkaufen. Ich denke, hier kann ich die Rüstung in die Rüstung gehen. Und dann kann ich die Rüstung sich mal auf das Land kommen. Ich denke, hier kann ich die Rüstung gehen. Ich denke, hier war die Rüstung, die Rüstung hierher. Ich denke, hier wird die Rüstung der Rüstung sein. Hier kann ich mich jetzt mal auf die Rüstung sein. Okay, stop it am Tabis. Das hat sich auch belohnt. 32 Universum Agil. Ich mach kurz Safety Safe, damit ich, wenn ich wieder sterbe, nicht schon wieder von vorne anfangen muss mit dem Umwandeln in Universum Agil. Weil das würde ich dann doch gerne, wenn möglich, verhindern. Okay, gut gemacht Garrus. Okay. Okay. Okay, das lief gut. Oh Gott, und das ist zumindest eine Stelle, wo ich mich nicht verteidigen kann. Scheiße, scheiße. Gute Arbeit am Geschütz, Commander. Wir haben das andere in Sichtweite. Ja, okay, der steckt jetzt natürlich in der Wand und brennt fröhlich vor sich hin. Sehr genial. Da ist das Geschütz. Vernichten Sie die Geht und bringen Sie die Sprengladung in an. Verdammte Geht-Pirscher. Aber dafür hab ich Garrus. Hey, ich bin in der Schufe aufgestiegen. Nice. Irgendwie missfällt mir das. Aber mir missfällt so vieles. Ja, Bon Appetit. Sprengladungen sind angebracht. Alle mal runter. Sofort. Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Mir missfällt dieses Geräusch. Ah, die Normandie. Ah, das hat was mit dem Schwierigkeit zu tun, dass du weiterlevelst. Okay. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle be... Commander, hören Sie mich? Ich höre sie. Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geht haben uns am Flaktum festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Käpt'n Kirahi ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Schicken Verstärkung. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Gute Idee. Hoch zum Flakturm. Los! Äh, ich weiß nicht, woran das lag. Extreme. Okay, wohin muss ich jetzt? Ähm... Äh, es riecht richtig nach Ärger. Wir haben die Fülle verloren. Dann... ...bitte einen Schildbus, wenn ich... wenn ich höflich bitten darf. Okay, dann tu das. Mit dem Sehen, was bei dem passiert. Zum Flugabwehrturm. Okay. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht! Wir haben so eben mein Schiff, um denn was zu ihm unterwegs ist. Es ist schon hier! Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld! Wie schlimm ist es? Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele! Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind! Ich aktiviere die Bombe! Halten Sie durch! Was machen Sie denn da, Alenco? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht! Unter allen Umständen! Erledigt, Commander! Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst! Vergessen Sie es! Wir können auf uns selbst aufpassen! Gehen Sie zurück und holen Sie Alenco! RIP, Kaidan, Alenco! Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen! Ja, Commander! Ich... Es ist die richtige Entscheidung! Und Sie wissen das, Ash! Tut mir leid! Tut mir leid, Kaidan! Ich musste mich entscheiden! Ich verstehe, Commander! Ich bedauere nichts! Einmal... Rule 7 für Kaidan Alenco, der im Dienst gestorben ist. Okay, wo muss ich jetzt entlang? the Last Day, der in der Regel ist, Okay. Auf eine Seite. Ich schluchte alle Fälle. ... ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Keppow, genau. Serum. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Bei Nidid waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die Wahrheit bedrohen waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Erklären sie es mir. Warum tun sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders haben verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn sie sich den Eindringen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als aufgestanden? So einfach ist das nicht. Glauben sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Aber es hat nicht funktioniert. Sie haben Angst, dass Sovereign sie beeinflusst. Sie haben Angst, dass er ihre Gedanken kontrolliert. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Gef. Warum folgen die Gate, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verhehrungen, der Gate gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn oreganisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Die Röhre? Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Sie wurden indoktriniert. Sovereign manipuliert sie. Sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht nicht. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Auskunft. Ich tue sie sich weh an. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind so mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Die können sie nur. Sie waren ein Specter. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern. zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Okay, das geht jetzt kritisch. Ähm... Ich bin ganz klar. ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Keine Ahnung, ist Dream. Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Ehrentod. Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Unmöglich. Tut mir leid, Ash. Ich konnte dich nicht zurücklassen. Ich konnte einfach nicht. Und das weißt du auch. Ich weiß. Und ich bin dir dankbar. Aber Kaidan ist für mich gestorben. Für uns. Nicht Ihre Schuld. Es war nicht Ihre Schuld. Und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Ich... Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung. Aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Edenprime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Tun Sie es. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Entspannen Sie sich, Commander. Das war unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden. So intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Das ist wichtig. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Das war alles? Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Dann los. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianz-Schiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Werden es vorsehen. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Alles in Ordnung? Dr. Chakwas sollte sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Nur zu. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Combarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Tun Sie es. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Wirrmaier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Sie haben größere Probleme. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten. Falls Sie korrekt sein sollten... Sie müssen mir glauben. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadell. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Beweise? Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Specter ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Specters gegründet. Sie haben die Autorität, nach Ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Okay, ich bin noch soweit, bis wir auf Ilios sind. Und dann werde ich den Stream noch beenden. Also es dauert nicht mehr lange. Weil ich glaube, Ilios und den finalen Bosskampf hebe ich mir für nächstes Mal vor. Auf. Okay. Ich werde noch mal mit meinen Leuten reden. Vor allem mit Ashley. Wegen Kaidan. Wegen Lieutenant Alenco. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur, ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Das war nicht deine Schuld. Hör mir zu, Williams. Ich habe bei dieser Mission das Kommando. Ich habe den Befehl gegeben. Nein, es ist meine Schuld, dass er tot ist. Ist irgendwie witzig. Ich habe keine Angst davor, für die Allianz zu sterben. Aber wenn ich daran denke, dass jemand für mich stirbt, wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Elysium fertig geworden? War das letzte Mal. Es war mein Job, alle sicher da rauszubringen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder passiert. Das gilt auch für mich. Ich werde ihn nie vergessen. Und mich nun noch mehr anstrengen. Ja, das ist wohl alles, was wir jetzt tun können. Danke für den Rat, Skipper. Auf Wiedersehen. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Wieviel habe ich denn in meinem Inventar? Wobei, der Tipp mit dem Inventar soll man das mit meinem Corserex. Commander, das war eine gefährliche Situation auf Wörmire. Keine Ahnung, Extreme. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Danke. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Zaren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Einverstanden. Wir werden ihn bald haben. Dann wird er für seine Verbrechen gerade stehen müssen. Wenn es nach mir geht, wird er mehr als nur gerade stehen müssen. Bis dann, Rex. Shepard. Gibt es irgendeine Rüstung? Nein. Gute Präzisionsgewehre. Auch nicht. Tali. Eine gute Pistole. Nehme ich die doch mal gleich. Okay. Den Rest. Mal kurz bei Gareth rein. Kommander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all. Ich habe viel über das Nach... Und ich habe... Mir wurde klar, er ist während meiner Wache entkommen. Und das gefiel mir nicht. Worte bedeuten mir nicht. Ja, das habe ich schon alles. Wenn die Leute, die ich beschützen soll, mir nicht vertraut. Ich bin froh, dass es... Keine Sorge, Kommander. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Kommander. Also dieses Schrut-Fintel nehme ich. Vielleicht auch das Präzisionsgewehr. Ja... Und die Pistole. Toriana. Okay. Dann kann ich nochmal kurz... Ashley sag ich jetzt schon. Gareth und so. Tarni. Ja. Und für mich... Gibt es eine nette, kleine, große... Schrot-Fintel mit viel. Kaboom! Alter, die werfen auf X-Guido. Ja, das ist das, worauf man lange hinarbeitet. Das ist wirklich das, worauf man lange... ...hinarbeitet. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Okay, dann... ...verkaufen wir mal. Ah, ich verkaufe mal alles, was mit 9 anfängt. Das ist einiges. Holy Moses. Holy Moses. Okay, das reicht. War schon fast zu viel. So, Tarni. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Ich schlafe jetzt viel besser. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Ich muss jetzt gehen. Okay. Dann auf nach Idios. Ich denke, ich bin unter den Umständen gut genug ausgerüstet. Ich habe noch mal ein paar mächtig schöne Waffen. Ja, jetzt habe ich jede Menge Universal-Regel. Was auch gut ist. Ich habe das Missions-Update an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große, völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Gut. Ich wusste, dass Sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Und der wird aber zu Beginn eingeführt, Extreme. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminussystemen verbindet. Das reicht nicht. Glauben Sie, etwa eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminussystemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Lassen Sie mich hinterher gehen. Ein Schiff zu den Terminussystemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Wörmire haben Sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Und was ist mit den Reapern? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminussysteme doch nicht wegen eines Traums an. Dann sind es ja alle Saren. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina. Ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie misst, Kerl. Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben ihre Arbeit gemacht. Jetzt lassen sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das ist ein Fehler. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Was für ein Arschgesicht, dieser Udina. Wirklich. Wie geht's, Skipper? Ich bin entschlossen. Es ist noch nicht vorbei. Du bist ein Optimist, Shepard. Ich schätze, wir werden dies als Erfahrung der Menschheit einstufen müssen. Du musst stark bleiben. Wir werden eine Lösung finden. Das müssen wir. Kann ich mich auf dich verlassen? Ich weiß, dass es verdammt schwer ist, mich besser kennenzulernen. Daher werde ich dir zur Abwechslung einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du glücklich bist. Was immer du brauchst. Ich werde dir helfen. So, jetzt habe ich es gesagt. Und schon ist mein weiblicher Mystizismus dahin. Ich weiß, was du empfindest. Es war nicht gerade leicht, dich zu durchschauen. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Ich möchte auch, dass du glücklich bist. Das solltest du auch. Es tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Nachricht geben. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Klingt wichtig. Sie sollten wohl lieber hingehen. Noch nicht extreme. Noch nicht. Innen-Druck wird außen Atmosphäre angeglichen. Lockpool. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Admiral Karuku, ein angesehenes Mitglied des Allianz-Militärs, ist verstorben. Dieser Veteran, der sich während des Konflikts gegen die Batarianer die Liebe seiner Truben erbomben hat, schlug eines natürlichen Trubetodes. So, so. Kahoku hinterlässt eine Frau und drei Kinder, die eine kleine private Gedenkfeier planen. Äh, Shiogorath. Ja, sie ist eine Rassistin, aber nein, sie bleibt keine Rassistin für immer. Das ändert sich im Laufe des Spiels. Also je mehr du dich unterhältst, desto mehr ändert sich ihre Meinung. Auf ins Flax. Ja, sie ist eine Rassistin. Ja, was gibt's? Wurden Sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass Sie betrügen, dann betrügen Sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Experiment? Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Spinnen Sie einfach das Spiel? Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten fünf Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Wäre das trotzdem nicht betrügen? Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Gerät. Hilft mir, das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die Ihre Chancen leicht verbessern. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Bezahlung. Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Ich werde nicht helfen. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Sprechen Sie. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich. Immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Gute Nacht. Bis nächstes Wochenende. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Verstehe. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulanz, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Das Mittel. Was für ein Stimulanz ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Dossierung. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulanz nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Ich hoffe aufgeben. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütigt zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Verhandlungen. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ja, ja. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Mein Assistenten ist aber kein Volk. Sie sind davon abhängig. Solange wir uns nur demütigt zeigen. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel einmal. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, gebe ich mich in Behandlung. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt, ich werde... Drogenabhängig. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Wird schon werden. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben, aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Da habe ich was anderes gehört. In diesem Club sieht man so gut wie nie einen Keeper. Ich schätze Ihnen ist egal, was hier passiert. Das oder die Musik hält Sie ab. Ich warte auf jemand anderes. Hallo, willkommen im Flux. Okay, wo ist... Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Werde ich nicht machen, Schiho gerade. Kein Problem. Tja, es hat alles seine positiven, schlechten Seiten. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man Sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Eilos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. So einfach ist das nicht. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminussysteme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminussystemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Was soll ich tun? Was haben Sie vor? Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadellkontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es ist zu gefährlich. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Büro. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten. Ja. Und was muss ich noch machen? Eigentlich gar nichts, abgesehen davon, dass es jetzt heute Ende des Streams ist. Das war's für heute. Es wird wahrscheinlich nächstes... Webcamp wieder ein bisschen... So. Es wird wahrscheinlich nächstes Wochenende dann wieder weitergehen. Wann genau, weiß man noch nicht. Das hängt davon ab, wie es mit den Free Slots aussieht. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's gefallen. Und ansonsten, ich werde jetzt gleich unseren Host-Boot anschmeißen. Und wenn man noch ein bisschen Speedruns sehen möchte, einfach dranbleiben. Wir werden da sicher nicht noch den einen oder anderen hosten können. In diesem Sinne, Leute. Es war mein Vergnügen. Es hat euch Spaß gemacht. Toodles, tot scenes. Ciao. 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 Ciao.